Okay. Kaffee. Wach. Warte mal. Achso, wir können mal gleich. Heda. Was gibt's? Wo waren noch gleich diese Berge? Kein Problem. Ich zeichne dir einfach alle Berge auf der Karte hier ein. Bist du der schwarze Ritter? Aber nicht doch. Ich bin der moosgrüne Ritter. Du bist kein Ritter. Du bist ein Teilzeiträuber. Das ist eine ziemlich dreiste Behauptung. Warum denkst du das? Weil mir aufgefallen ist, wie akribisch du versuchst, das CK zu vermeiden. Du meinst wie in Dackel und Buckel oder in fehlendes Druckmittel? Oh, da habe ich mich wohl geirrt. Du kannst das CK fehlerfrei aussprechen. Du hast es geblickt. Mist, und ich war mir so sicher. Ich kachnub. Was? Ich kachnub. Das war es auch schon fürs Erste. Bis später. Okay, vielleicht können wir nämlich... Die Berge hat er eingezeichnet, ne? Genau. Heda. Was gibt's? Bist du der schwarze Ritter? Aber nicht doch. Ich... Tan Grüne, okay. Wo waren noch gleich diese Seen? Kein Problem. Du bist kein Ritter. Du bist... Das ist eine... Warum denkst du... Weil mir aufgefallen ist, wie akribisch... Bist du jetzt vollkommen verrückt geworden? Ja! Du hast dich verraten. Ich hab mich verraten? Oh, so ein Dreck. Ich elender Sparren. Ich bin so ein Sachgesicht. So eine verpflichte Karre. Du hast das Rätsel geknackt. Ich bin wirklich ein Teilzeiträuber. Und die Seen, die du mir aufgezeichnet hast? War alles gelogen. Nichts als Schnichschnach. Warte. Ich setze deine Karte zurück. Dankeschön. Das war es auch schon fürs Erste. Bis später. Okay, also... Durch. Heda. Ähm... Wo waren noch gleich diese Berge? Kein Problem. Ich... Bla, bla, ähm... Du bist kein... Das ist eine... Warum denkst du... War mir aufgefallen... Du meinst... Wie in... Oder... Okay. Du kannst das... Du hast... Mist. Und ich war mir... Ich... Das war es auch schon. Dann haben wir das auch. Ich überspringe das hier einfach mal, ja, weil... Macht's doch keinen Sinn. Heda. Was gibt's... Ich lasse das erst einzeichnen. Wo waren noch gleich die... Kein Problem. So. Du bist kein... Das ist eine... Warum denkst du da... War mir aufgefallen... Du meinst... Oder... Okay, damit haben wir es wieder richtig zurückgesetzt. Das war... Bis spät. So, dahin. Heda. Was? So. Kennst du dich... Eigentlich habe ich ein... Aber mit... Ich könnte... Würde das... Klar, leg los. So. Du bist kein Ritter. Du bist ein Teil... Das ist... Warum denkst du... Weil mir aufgefallen ist... Du meinst... Oh. Okay, der ist auch korrekt. Kachnub. Das war's auch... Bis später. Wir haben ja nur noch vier vor uns. Heda. Was gibt's... Kennst du dich... Eigentlich habe ich ein Katastrophen... Aber mit Boy... Ich könnte... Klar, leg los. Du bist kein... Das ist... Warum denkst du... War mir aufgefallen... Du meinst... Oder... Oh. Du kannst... Du hast... Nicht... Das war... Bis später. Heda. Dann müssten das ja jetzt alles noch Dings sein hier. Heda. Was gibt's... Wo waren... Kein... Du bist... Das. Warum... War mir auf... Bist du jetzt vollkommen... Ha. Ja, okay. So, na gut. Und die Wald... War alles... Nichts... Warte. Er setzt zurück. Sehr gut. Weiter. Ach hier, diffuse Wolke. Warte mal. Was war das? Betrachtet durch den Dunst vom Kaffee sind mir die Wolken für einen Augenblick deutlicher vorgekommen. Schärfer. Ach, Unsinn. Wahrscheinlich irre ich mich. Soweit kann ich nun wirklich nicht werfen. Auch bei Kaffee betrachtet ergibt das nicht viel Sinn. Mhm. Aber es hat doch... Was war das? Betrachtet durch den Dunst vom Kaffee sind mir die Wolken für einen Augenblick deutlicher vorgekommen. Schärfer. Ach, Unsinn. Wahrscheinlich irre ich mich. Ach so, warte mal. Halt. Eine andere Bewusstseinsebene, hm? Naja, probieren kostet ja nichts. Es wird alles ganz klar. Diese Wolke dort ist in Wirklichkeit ein weiteres Räuberzeichen. Ein raffiniertes Versteck. Ich übertrage es schnell in mein Notizbuch. Mhm, 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 mhm. Okay, hatten wir ihn hier schon, ja, ne? Dann hat er das auch, okay. Dann bleibt hier der Letzte. Ach, der Pilz. Warte mal. Äh. Okay, da ist wieder einer. So, warte mal. Wo war der Pilz? Da. Einen hochgiftigen Pilz essen? Warum in aller Welt sollte ich so etwas Törichtes tun? Wie war das? Man muss auf eine andere Bewusstseinsebene? Hm. Ach, was soll's. Ich wäre ein Feigling, wenn ich's nicht ausprobiere. Tut sowas nicht zu Hause, Kinder. Und auf geht's. Hui. Die Farben singen ein Lied für mich. Das ist wie Achterbahn, nur doppelt. Sechzehner Bahn. Oh, mir wird so komisch. Alles dreht sich. Hey. Seht ihr das auch? Da in den Wolken? Wow. Das Zeichen haben die echt gut versteckt. Ich übernehme es in mein Notizbuch. Mich fällt grad auf. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Autsch, mein Kopf. Naja, wenigstens hab ich das Zeichen auf meinem Blog notiert. Und offenbar auch ein Gedicht über Luchse. Hm. Es reimt sich nicht einmal. Okay. Ein Porträt meiner geliebten Herze, Linde. Außerdem benutze ich den Blog, um mir Räuberzeichen darauf zu notieren. Ich habe alle neun gefunden. So. Ah, kacke. Ist natürlich doof. Der hat alles resettet. Das ist scheiße. Heda. Wo waren noch gleich die Kein Problem. Ich zeig Du bist kein Das. Warum denk Bei mir auf Du meinst Oh. Oh. Du kannst Du hast Mist und ich Kachnub. Ah, Mist. Der hat alles resettet. Das ist ja doof. Hilft das jetzt nicht schon weiter, das zu finden? Nee, ne? Wahrscheinlich ist der Ort keine Mühle in dem Sinne. Sondern wir müssen das Muster finden. Muster zu Wald und Dings. Das heißt, äh. Äh, warte mal. Nee. Nee. Nee, sowas haben wir hier nicht. Schade. Äh. Ah, Mist. Ich habe jetzt nicht gemerkt, welcher Ritter was ist. Bist du der Aber nicht Ach, guck mal. Das war's auch schon für's. Bist. Die, die wir eindeutig identifiziert haben, die haben kein Dings mehr. Kein Dialog. Heda. Was? Wo war's? Kein Problem. Das war's auch schon. Bist. Die haben kein Dialog mehr. Also noch mal. Heda. Was gibt's? Wo war's? Kein Problem. Das war's auch. Bist. Gut, ich wusste nicht, dass er das komplett zurücksetzt, ne? Heda. Was gibt's? Wo war's? Kein Problem. Das war's. Bist. So, haben wir das Muster hier irgendwo? Berg, äh, ein weiter daneben ist Wald. Berg, ein weiter daneben ist Wald. Wald mit nem See. Übereinander. Aber, nee. Das reicht, glaub ich, noch nicht aus. Hat man das hier schon? Ja. Heda. Heda. Was gibt's? Genau. Das war's. Das ist ein Fake. Heda. Was gibt's? Wo war's? Kein Problem. Das war's. Bist. So, da sind jetzt weitere Seen und jetzt noch den hier. Heda. Was gibt's? Das war's auch. Bist. Bist. So, jetzt gucken wir noch mal. Ah, Berg und Wasser. Hier, Berg und Wasser, aber Berg und Berg. Nein, Berg und Wasser, aber Wald fehlt. Oder muss das gegebenenfalls gedreht werden? Wald, See, Wald. Wald, See, Wald. Das heißt, es könnte hier sein. Theoretisch. Nur theoretisch. Hm. Hm. Oder, aber ich muss erst, äh, das letzte Rätsel hier schaffen. Hier nach oben. Hallo. Na, du Opfer? Willst du mal gegen einen richtigen Profi verlieren? Tja. Okay. Okay. Okay, warum nicht? Ich werde dir jetzt die Lektion deines Lebens erteilen. Alter! Also hier sehe ich das hier. Und das auch. Und wahrscheinlich ist ein M hier drin. Und so eine Zacke auch. Richtig. Oh, also das hier ist drinne. Das hier ist drinne. Das M sehe ich hier drinne. Und das hier sehe ich hier drinne. Ja! Okay, langsam wird es einfach. Das ist wieder das hier. Das ist diese Ecke. Ähm. Das hier. Das M sehe ich. Und. Das hier ist, glaube ich, auch drinne. Richtig. Du hast mich tatsächlich besiegt. Ey! Was für eine Blamage. Woher kennst du nur die Räuberzeichen unserer Gilde? Ja, weil ich Räuber bin. Müssen doch meine Kollegen was verraten haben. Gehöre ich jetzt zur Gilde? Hm. Warum nicht? Immerhin hast du mich im fairen Zweiten... Ach, da gibt es noch... Ah! ...wilter der Gilde, der Profi-Räuber. Jetzt, guck mal hier. Wie erkenne ich denn andere Profi-Räuber? Hm. Dir kann ich es wohl verraten. Man erkennt sie am auffälligen Zungenfehler. Sie können den Buchstaben... ...nicht aussprechen. Pardon? Na, das... ...das... ...das ist auf jeden Fall hext. Sorry, aber ich quäle mich hier vollkommen umsonst ab. So blöd das auch ist. Ich bekomme den Buchstaben... ...genauso wenig über die Lippen wie die anderen. Toll. Ich muss weiter. Lass dich nicht aufhalten. Toll. Ich glaube, das Einfachste wäre... ...die sollen das Alphabet aufsagen, ne? Das heißt nochmal... Heda. Was gibt's? Ähm... Du bist kein Ritter. Du bist ein Profi-Räuber. Das ist eine ziemlich dreiste Behauptung. Warum denkst du das? Weil mir aufgefallen ist, wie akribisch du versuchst, einen bestimmten Buchstaben zu vermeiden. Und welcher Buchstabe soll das sein, wenn ich fragen darf? Was? Was? Yipselan. Denk nächstes mal nach, bevor du solche Anschuldigungen aussprichst. Wie soll ich denn wissen, welcher Buchstabe? Heda, was gibt's? Du bist kein Retter, du bist da, warum denkst du, weil mir aufgefallen ist. Und welcher Buchstabe soll das sein, wenn ich fragen darf? Das X. Weil das eines der seltensten Buchstaben ist. X. Zum X-ten Mal. Denk nächstes mal nach, bevor du solche Anschuldigungen aussprichst. Toll. Heda. Was gibt's? Du bist kein Retter, du bist ein Profiräuber. Das ist eine ziemlich dreiste Behauptung. Warum denkst du das? Weil mir aufgefallen ist, wie akribisch... Und welcher Buchstabe soll das sein, wenn ich fragen darf? J. Junge, Junge. Denk nächstes mal nach, bevor du solche Anschuldigungen aussprichst. Ich hab keine Ahnung. Heda. Was gibt's? Okay. Das war's auch schon fürs Erste. Bis später. Heda. Was gibt's? Du, das ist irgendwie gerade lästig. Du bist ein Profiräuber. Warum... Weil mir aufge... Und wenn... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie bitte? Na... Hä? Das... Du kannst das... Nicht aussprechen. Junge. Junge. Jetzt kann ich es... Na, selber nicht mehr. Das ist doch lächerlich. Wenn man schon Mitmenschen diffamiert, dann sollte einem die Anschuldigung wenigstens über die Lippen kommen. Na, vor Gericht komme ich damit... Ebenfalls nicht durch. Ich hab zwar nicht... Ura studiert, aber... Ups. Haha, ich wusste es. Du gehörst der Profiräuber-Gelder an. Du hast... Ura gesagt, statt... Ura. Nein, hab ich nicht. Hast du wohl. Na gut. Wen... Ux. Du hast recht. Ich bin ein Profiräuber. Und die Berge, die du mir aufgezeichnet hast? War alles gelogen. Nichts als ein großer... Ux. Okay. Okay. Der ist dann dementsprechend clean, richtig? Hey da. Was gibt... Wo waren... Kein Profiräuber... Okay. Ich hab mir das mal schnell nochmal... Aufzeichnen lassen. Ein J. Hey da. Was gibt... Du bist... Das. Warum denkst du... Weil mir auch... Und welcher... Das... Na gut. Du hast recht. Ich... Okay. So, der ist... Der ist fake. So, der. Hey da. Was? Du bist... Das. Warum denkst du... Weil mir aufge... Und das... Das... Jung. Ich habe kein... Oh, dann hast du gehört. Okay. Okay. Der ist auch... Also die beiden sind... Ach so. Lassen wir mal. Wir klären das erstmal ab hier. Hey da. Was gibt's... Was gibt's... Du bist... Das ist... Weil mir auch... Und das... Das... Jung... Okay. Der ist auch... Huch... Na... Ah. Hey da. Was gibt's... Der ist schon... Das war... Das war... So, also der... Der... Der und der... Funktioniert, ne? Hey da. Was? Du bist... Das. Weil mir... Und welch? Das. Na gut. Du hast recht. Ich... Die See... War alles... Nee. So, die See fehlt jetzt, ne? Hey da. Was? Das war... Okay. So, das war der... Der... Und der, ne? Hey da. Was? Wo war... Kein Problem. Das war... So. Machen wir mal einen Schnelldurchlauf. Hey da. Was? Wo war... Kein Problem. Das war... Pischspit. Aha. Da ist er. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ach Gottchen. So. Hohoho. Oh. Also... War überhaupt nicht kompliziert, oder? Ähm. Endlich. Ich bin am Ziel. Hey, du da. Was treibst du hier? Wie hast du mein Versteck gefunden? Bist du der Schwarze Ritter? Das hat mich schon lange keiner mehr gefragt, Junge. Aber dafür wird es das Letzte sein, was du gehört hast. Verteidige dich. Ich fordere dich zum Duell. Auf geht's. Ich hoffe, du bist in Übung. Hier am Rande der Welt haben wir unsere eigene Schwertkette. Och nee. Hier geht es Schlag auf Schlag. Und die Schläge sind extrem schwer auszuführen. Ich muss mich immer schon eine Runde vorher auf den Schlag der nächsten Runde konzentrieren. Um richtig zu reagieren, musst du also gut aufpassen. Es gibt den hohen Triumphhaken. Hiya! Den neutral geklinschten Ausgleichshieb. En garde. Und den Tiefschlag unter die Gürtellinie. Geht's bald los oder sollen wir uns noch einen Tee holen? Wie du willst. Ich bin bereit. En garde. Ähm. Aha! En garde. Diese Runde geht an mich. Mach dich bereit für eine weitere Niederlage. Los jetzt. Greif mich an. Engarde. Yes! Hiya! Ha 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 ha! Brrrr! Oh! Diese Runde geht an mich. Mach dich bereit für eine weitere Niederlage. Los jetzt. Greif mich an. En garde. Brrrr! Hiya! Aha! Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? Äh. Ich verstehe immer noch nicht, wie das hier läuft. So kompliziert ist es doch gar nicht. Doch! Hier am Rande der Welt haben wir unsere eigene Schwerttechnik. Da geht es Schlag auf Schlag. Und die Schläge sind extrem schwer auszuführen. Ich muss mich immer schon eine Runde um richtig zu reagieren. Es gibt den hohen Triumphhaken. Hiya! Den neutral geklinchten Ausgleichshieb. En garde. Und den Tiefschlag unter die Gürtellinie. Brrrr! Los jetzt. Greif mich an. En garde. Aha! En garde. Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? Ich könnte noch stundenlang weiterkämpfen. Na dann, weiter geht's. Los jetzt! Greif mich an! Brrrr! Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? Ich könnte noch stundenlang weiterkämpfen. Na dann, weiter geht's. Los jetzt, greif mich an, on guard. Du scheinst ausgelaugt. Ich hab keine Ahnung. Ich könnte noch stundenlang weiterkämpfen. Na dann, weiter geht's. Los jetzt, greif mich an. Begreift das einer hier? Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? Ich könnte noch stundenlang weiterkämpfen. Na dann, weiter geht's. Los jetzt, los jetzt, greif mich an. Ja, ho. En garde. Ha, 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 ha. Ich hab keine Ahnung. Warum kann ich das nicht überspringen? Ich versteh immer noch. So kommt hier am Rande der Welt, ha, 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 ha. Da geht es sch. Und die Schläge sind er. Ich muss mich immer schon eine Runde vorher auf den Schlag der nächsten Runde konzentrieren. Um richtig zu reagieren, musst du also gut aufpassen. Es gibt den hohen Tricks. Hi, ja. Den neutral geklinschten Ausgleichshieb. En garde. Und den Tiefschlag unter... Los jetzt, greif mich an. Hi, ja. Ha, ha. Brr. Ja, hat er gesagt. Ha, 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 ha. En garde. Yes. Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? Das Ding ist... Ich könnte noch stundenlang... Na dann, los jetzt. Ich hab keine Ahnung. Yes. Brr. Hm. Jaho. Yes. Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? Ich könnte noch stundenlang weiterkämpfen. Na dann, weiter geht's. Los jetzt, greif mich an. En garde. Yes. Huah. Huah. Ha, 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 ha. Brr. Ha, 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 ha. Du scheinst ausgelaugt. Äh. Ich könnte... Na dann, los jetzt. Brr. Knorr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. En garde. Yes. Yes. Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? Das ist albern. Ich könnte noch stundenlang weiterkämpfen. Na dann, los jetzt. Brr. Ähm. Ähm. Keine Ahnung. Ha, 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 ha. On guard. Ich könnte noch... Ich kann's nicht mal abbrechen. Stell dir mal vor, du stehst hier. Du kannst nichts abbrechen. Yes. On guard. Oh. Hi-ya. Ha-ha. Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch... Ich könnte... Na dann, los jetzt. On guard. On guard. Yes. Brr. Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du hier kannst? Das ist albern. Warte mal, ich muss mal kurz dem was nachgucken. Moment mal. Ähm. Was haben wir hier? Okay, da muss ich immer eine Runde vorher schon auf die Schläge der nächsten Runde konzentrieren. Es gibt drei verschiedene Schläge. Blablabla. Der Kampf besteht aus mehreren Runden. So viel steht fest, ja. Jede Runde besteht aus drei Angriffen. Zu Beginn jeder Runde gibt der Ritter nur einen Laut von sich. Dies ist eine Ansage auf den Schlag, den der Ritter in der nächsten Runde nicht beim nächsten Angriff verwenden wird. Dann erfolgt ein Angriff durch dich. Als nächstes gibt der Ritter zwei Laute von sich, von denen der erste eine Reaktion auf deinen Angriff und der zweite wieder eine Ansage auf den nächsten Schlag in der nächsten Runde ist. Wieder greifst du mit einem Schlag an, gefolgt von einer Reaktion und einer Ansage des schwarzen Ritters. Auf deinen letzten Schlag gibt der Ritter nur eine Reaktion von sich. Dann ist die Runde vorbei. Die Ansagen beziehen sich immer auf die nächste Runde, nicht auf den nächsten Angriff. Die erste Runde kannst du somit nicht gewinnen, notiere dir aber die drei Ansagen des schwarzen Ritters, denn die benötigst du für die nächste Runde. In der zweiten Runde reagierst du also auf die Ansagen der ersten Runde und notierst dir gleichzeitig wieder die drei neuen Ansagen, die du dann für die dritte Runde verwendest. Die Ansagen hören sich immer etwas anders an. Oh Gott. Okay, ich probiere es mal. Ich könnte noch stundenlang weiter kämpfen. Na dann, weiter geht's. Los jetzt, greif mich an. Irgendwie angreifen. Ha 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 ha. En garde. Ha 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 ha. En garde. Ha 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 ist die Reaktion und En garde ist das zweite. Richtig? Ja. Oh Gott. Ähm. Ha 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 ha. Jaho. Ja ho. Yes. Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? Und yes. Mhm. Ich mag das Spiel nicht. Ich könnte noch stundenlang weiter kämpfen. Na dann, weiter geht's. Los jetzt, greif mich an. En garde. Er hat jetzt mit ha 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 reagiert. Wollen wir mal. En garde. Jetzt hat er grrrr gemacht, ja. Und knurr. Und jetzt muss ich auf knurr reagieren? Oder was muss ich jetzt? So. So. Ha 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 ha. Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? So. Jetzt muss ich mit... ...und lang weiter kämpfen. Na dann, weiter geht's. Los jetzt, greif mich an. En garde. Yes. Was hat der... Hä? Achso, war... Ich mag das Spiel nicht. Okay. Kann man das nicht überspringen? Das ist doch ein Dovid-Puzzle. Ah, warte mal. Ich glaube... Yes. Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? So, warte mal. Probier mal. Wir müssen noch stundenlang weiter kämpfen. Na dann, weiter geht's. Wir fangen doch mal an. Geilf mich an. So. Also, wir haben jetzt so... Huah. Ja? Huah. Huah. So, Moment. Ja. Yes. So, er hat reagiert und macht einen Knurr dahinter. Ja? Ja. Das heißt, in der nächsten Runde macht er mit einem Knurr... Äh... Das. Ein Tiefschlag. Das heißt, ich muss einen hohen... Danach einen tiefen... Yes. Hi-ya! Und wieder ein hohen. Ja? Ja? Du scheinst ausgelaugt. Sicher, dass du noch kannst? Weiter. Ich könnte noch stundenlang weiter kämpfen. Na dann, weiter geht's. Los jetzt, greif mich an. Yahoo! Er macht einen geirrt. So, dann muss ich einen hohen. Und ich mache jetzt einen hohen. Oh, Gott. Oh, Gott. Neutral. Okay. Und jetzt muss ich einen tiefen machen. Yahoo! Yahoo ist wieder hoher für die Nächste. Und ich muss jetzt auch einen hohen. Jawohl. Das geht an dich. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Los jetzt, greif mich an. On Guard. So, On Guard. Äh... Neutral. Und ich muss jetzt einen hohen machen. Knurr... Tiefschlag. Und ich muss jetzt einen neutralen machen. On Guard. On Guard war neutral. Und ich muss jetzt einen hohen machen. Tiefschlag. Jawohl. Die Tiefschlag geht an dich. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Los jetzt, greif mich an. So, das ist dann Knurr-Tief. Alter, ist das kompliziert. Und wir müssen neutral machen. On Guard. On Guard ist neutral. Und wir machen jetzt Tiefschlag. On Guard. On Guard ist immer noch neutral. Und wir machen jetzt auch gerade neutral. Diese Runde geht an dich. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Los jetzt, greif mich an. Huah! Huah! Hoch. Wir müssen gerade Tief machen. Jaho! Hoch. Hoch. Und wir müssen neutral machen. Jaho! Hoch. Und wir machen neutral. Diese Runde geht an dich. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Los jetzt, greif mich an. Huah! Das ist dann wieder hoch. Wir machen dreimal hoch jetzt. Ja. Das ist auch hoch. Knurr ist Tief. Alter, da muss einer drauf kommen. Diese Runde geht an dich. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Los jetzt, greif mich an. Äh, Tief. Und wir müssen hoch, hoch, tief. Tief. En garde. Neutral, hoch. Tief. Und wir machen tief. Was? Was ist das? Du hast mich besiegt. Stopp! Stopp! Du hast ja gewonnen. Ich ergebe mich. Dann rück jetzt die Prinzessin raus. Mann, Junge. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich habe deine Herzelinde nicht. Brunhilde. Davon habe ich zwei. Sogar eine Hildegard. Aber keine Herzelinde. Was heißt das, du hast sie nicht? Du wurdest reingelegt. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr im Geschäft. Aber... Dann war alles umsonst? Das ist leicht daneben. Lass uns schnell zurück zum Schloss des Königs. Hier ist irgendeine Art von Komplott im Gange. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Oh na. Oh. Also nach dem Ding. Meine Fresse. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja.